Es gibt ihn. Wenn du seinen Namen sagst... ...oder ihn auch nur denkst... ...wird er dich holen. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Was ist passiert? Sie müssen es mir sagen, das wissen Sie. Bitte, zwingen Sie mich nicht dazu. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Wenn ich Ihnen von ihm erzähle, werden Sie und Ihre Kinder... Sie werden sterben. Ein Haus nicht weit vom Campus mit John Henry und einer Freundin. Sollen wir es tun? Ja. Bist du dir sicher? Scheiße, was ist das? Was denn? Irgendwas geht hier vor sich. Er ist hier. Wer? Sag ihn nicht. Denk ihn nicht. Der Bye-bye-Man. Ah! Je öfter man an ihn denkt, umso näher kommt er. Er versucht, in uns einzudringen. Oh Gott. Er lässt uns Dinge sehen. Bye-bye-Man. Er lässt uns Dinge tun. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Er breitet sich aus wie ein Virus. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Er könnte sich überall hin ausbreiten. Das werde ich nicht zulassen. Bitte! Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Wir müssen Ihnen helfen. Nein, das ist eine Falle. Kim! Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Ich will nicht, dass er sich in Ihrem Kopf festsetzt. Sagen Sie es mir. Bye-bye-Man. 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 Vielen Dank.